Die Höchstgeschwindigkeit ist 25. Ruhig, Junge. Erinnert mich an die Gegend, wo wir wohnten, als ich noch klein war. Wir sind wohl vor den Umzugsleuten hier. Ich kann Sie nicht sehen, aber Sie durften wundervoll. Sehen Sie gerade nebenan eingezogen? Oh, hi, Mom. Ich dachte nicht, dass du noch wach bist. Mom? Was zum Teufel ist das? Was ist, Junge? Dolores! 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 Keiner der Nachbarn hat den Angreifer tatsächlich gesehen. Er hat vermutlich Erpaarungen getötet. Das ist schon mal passiert? Angriffe wie dieser passieren sehr oft in waldreichen Gebieten. Das waren Tierattacken, Sir. Und nachdem halten Sie bitte auch Türen und Fenster geschlossen, bis wir die Angelegenheit hier aufgeklärt haben, okay? Es schien so ein schöner Ort zum Leben zu sein. Hierher kommen die Leute nicht, um zu leben. Hierher kommt man, um zu sterben. Können Sie Silberkugeln machen? Ja. Kriegen Sie auch silberne Schrotkugeln hin? Ja. Kriegen Sie auch silberne Schrotkugeln hin?